Und wer hat dir das Kind angedreht, hä? Schrei nicht! Ich schreie so viel ich will, ich bin dein Mann! Was also, meine Herren, weise, ist in jeder Nacht geschehen. Töck, geile Töck, Baga! Und ich? Bin ich einfach kein Mann? Du bist eher mein Mensch. Der Daddy des Messias! Aber wir haben den Beweis mit der Zweiernahme an, dass die Evangelisten vorliegen. Jesus wurde niemals in Bethlehem geboren! Er wurde gar nicht geboren! Die Frage, die noch immer offen bleibt, lautet also, wer ist die Mutter?